Danke, dass ihr hier seid. Wir spielen zuerst jetzt ein klassisches arabisches Lied. Also so, wenn jemand jetzt fragt, was habt ihr in der Weltmusikprüfung gehört, also nicht alles ist traditionell, sondern wir haben auch klassische arabische Musik gehört. Das ist wichtig. Das Lied ist aus den 50ern von einem Komponist, heißt Mohamed Agluhaab. Er ist aus Ägypten. Also wir nennen ihn ja Generationsmusiker, weil wir glauben, dass seine Musik Ewigkeit einfach leben wird. Ihr könnt einfach genießen. Danke, dass ihr hier seid. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020